ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab keinen Kommentar ab Mein Grundstück, weg damit Aber ich wollte dir zeigen wie schon das Bauen geht Das ist die Leine Fangen wir erstmal an bei dir Orkis zu bauen Das kommt alles Du hast diese Folge vor ein Haus zu bauen Anfangen, nicht komplett Erstmal will ich erklären was ich so schönes gemacht hab Ich hab erstmal den Berg komplett abgetragen Dann war ich unterwegs, hab mir noch ein paar Erze gesammelt In der Dimension Und jetzt ein paar mehr Kupfer und Eisenzeug Kartoffelfeld noch angepflanzt Und ja Er hat vieles getan Und mich über Mods informiert Ja, darüber informiert, dass ein Mod drin ist Ja, der schon von Anfang an drin war Den er hinzufügen wollte oder hinzugefügt hat und den Minecraft Server zum Crushing gebracht hat Nicht damit Gut Jetzt erzähl ich was ich mache Ich werde heute eine Compact Machine bauen Mit dieser Compact Machine werde ich dann eine erste Fünffachen reinbauen Dann bin ich glücklich Mehr oder weniger Hörte ja spannend an Das habe ich alles vor der Folge vorbereitet Bin wieder ein paar mehr gestorben Hab 33 Tode auf der Uhr Das ist nicht sehr gut für mich Denn in drei Tagen Beziehungsweise drei Folgen Wird wieder eine Kiste geopfert von mir Außer wenn der Dumme jetzt 22 mal stirbt und ich nicht mehr Da jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist Ist das eine andere Geschichte Ja Glaube ich auch Dann habe ich hier bei mir in der Bude noch ein bisschen umgebaut Wollen wir auch erstmal so eher zverzweifachen Billige Meine Query läuft echt wild Ich habe auch schon wirklich eine Menge gefarmt Hab mittlerweile den Resonator, weil ich den für eine Sache brauchte Und ja, ich habe hier ein schönes Lager Aber das muss dann auch noch in eine Compact Machine heute umziehen Alles muss kompakt werden Ja Womit fangen wir an? Ich brauche Glas Das Glas bekomme ich hierher Das ist das Einzige, was ich nicht vorbereitet habe So Wir brauchen jetzt Enderperne Diamanten Und ein Buch Damit kriege ich jetzt mein Ne, ich habe das Eisen vergessen Eisen noch Damit kriege ich jetzt mein Personal Shrinking Device Womit ich mich Womit ich mich dann In meine kleine Blöcke rein teleportieren kann Jetzt möchte ich noch das machen Dafür brauche ich noch Red Zone Ein Ender Auge Lace Powder habe ich durch Blumen bekommen Ich war nicht in der Hölle Dafür Dafür ist die Hölle mir viel zu gefährlich Das ist doch nicht gefährlich Hölle war nicht mehr um Erstmal wenn ich bis jetzt in die Hölle gegangen bin Am Anfang bin ich gestorben Egal ob ich gute Aussichtungen hatte oder nicht Deswegen gehe ich nicht in die Hölle Solange ich nicht muss und ich muss nicht in die Hölle Denn alles was ich brauche kriege ich auch auf der Oberwelt Außer Glowstone Hexen töten Hexen jagd Ich habe schon zwei Glowstone Was sagst du jetzt? Die ganze zwei Glowstone Die ganze zwei Glowstone Das ist mehr als du hast Das ist richtig ja Aber Was willst du mit zwei Glowstone? Das wäre ich nicht mit zwei Glowstones Na dann kannst du aber nichts rauchen Jetzt craften Oh nicht dass ich füße da Wollen wir mal meckern? Ja Geh dich nicht Und hast du schon angefangen dein Haus zu bauen? Ganz ruhig Na ruh liegt die Kraft Da ruhig liegt die Kraft Woher habe ich keiner Na okay Ich muss erstmal die großen Bäume hier abbauen Bäume? Ne Firewood Bäume Das stimmt Die man nicht hinzufügen kann zu Wein meiner Ne Aber es gibts äh Lember Eggs Kannst du benutzen dafür Verbrennen Verbrennen Das Holz brauche ich grad zum bauen Jetzt verbrenne ich nicht das Holz Toll da Ne Falsch rum Ah 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 Geht auf Ah So Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen Verunstalten So alles mal verunstaltet hier Ein großes Anwesen hier bauen Ja Aber nicht übertreiben Ne Warum denn nicht Nur das Anwesen wird groß Was wird denn Hä Was wird's denn noch nicht bauen? Na alles andere baue ich in kompakt Machines rein ME System Und alles guckt hier oben raus Habe ich jetzt Habe ich mal ab 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 21 24 25 26 27 27 22 2 23 24 25 43 8 39 11 15 25 5 5 6 5 7, 8, 10, 11, 12, 13. Schon wieder falschrum aufgebaut. Ich brauche Glas. Hm, habe ich denn genug Sand dafür? Oh, das ist aber knapp. Ah, das habe ich auch durchgejagt. Okay. Eisen. Sand und Sand. Ja, das brauche ich dann gleich zum Bauen. Oh, naja. Ich brauche ein Feuerzeug. Ja. Wollen wir abfackeln hier. Das ist ja gut. Mit einem Glas kann ich denn dieses scheiß Tank bauen? Zug haben wir alle dafür. Okay, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Ja, das ist wahrscheinlich so ein Bauen noch. Habe ich jetzt alles falsch gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe mich gerade minimal schrocken, wo du aufgestirnt hast. Was hast du gedacht, was passiert? Meine Ahnung, damit explodiert. Vielleicht dein PC. Nee, der ist kurz davor. Immerhin. Ja, das musst du breit sein. Ja, das musst du groß sein. Dann der Controller. Dann der Tank. Und die zwei Trains. Firewood brennt nicht. Wie, brennt nicht. Firewood brennt nicht. Schön. Nee, nicht schön. Warum nicht schön? Weil Firewood im Weg ist. Dann bau ab. Fuck. Warte. Mann, ey. Ich habe voll die Zeit bei mir. Hm. Und eigentlich hat es ja sogar funktioniert. Oder hat das schon funktioniert. Ich habe mir ja gesehen. Standardgröße an der Smeltree ist langweilig. Hat es jetzt eigentlich schon eine Smeltree gebaut? Ich bin da gerade dabei. Du bist gerade dabei. Und da werden alle meine Ärzte schmelzen. Ich werde meine in eine 5-Fachung reinschieben. Boah, du brauchst nicht. Ich habe dafür genug Ärzte. Sagt er ja und hat geweint, weil er nicht genug Ärzte hat. Ja, gut funktioniert. Mann ey, ist das jetzt eine lästige Arbeit hier. Ja. Eine 15 reicht aber nicht mehr für die anderen. Aber egal. Und wieviel aus mir im Ohr hast du? Keine Ahnung. Was ich nachzählen. Kann ich dir gerade nicht sagen. Weil ich gucke mich normalerweise nicht. Also es ist wahrscheinlich sehr überschaubar. Keine Ahnung. Wie gesagt, weiß noch nicht. So, daraus mache ich Sticks. Na komm. 24. Dann brauchen wir ein Sohnwood. Und ein Crafting-Tabel. Dann brauchen wir hier 4 Eisenblöcke. Oh, der Eisen wird nicht reichen. Dann brauchen wir hier 5. mann mann das gerade lange das war jetzt der 34 wurde immer bei mir dann kann ich mal anfangen die clock zu bauen zwei clocks brennen brenner noch zwei lieber unter und teile lava was lava und eine pumpe und dann grundstücken lava die aber nicht ganz zuordnen weil wir auch keine untergrundsicht haben glaube ich untergrundsicht ah man ehrisch muss in lauersee was ich der größte sehe aber besser als nichts Dunkel. Musst du mobs formen? Ne ne. Ehh nein. Au. Ehm. Was passiert? Ich hab mich gestoßen. Woran? Weiß noch nicht. Wahrscheinlich einmal in den Ofen. Legt damit vier Blöcke zusammen. Eigentlich schon. Die wird schon wieder voll. Raus, 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 raus. Ah, Überforderung. Tomb Station. Wir machen das jetzt, weil wir die erweiterte Station brauchen. Zack. Und eigentlich kann man die hier dazwischen stellen. Mal probieren wir hier zuerst den Bilder. Das. Das. Richtig. Richtig. Hast du schon auf der älsten Version, ähm, Tinkers Construct gehabt? Weiß ich gerade nicht. Es gibt jetzt Wartezeiten. Also so härteres Material ist und so lange braucht es zum Schmelzen. Und Gießen und Aushärten. Das hab ich schon mal so ein bisschen mitbekommen. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Tanks. Gucken wir mal. Tanks. Wenn, bis jetzt mal ganz rein. Fertig. Machá joue ich das. Mach'ar das. Höch. Mh, Kelé. Woc. Du bist ja immer schön. ja passen füllt den bucket drin sollte reichen eigentlich erst mal vier leitern wie ging nochmal leitern sechs stück sollten eigentlich reichen ich habe keine alber mitgenommen ups ups Mmh. Au Müssen rechnen erstmal hoffentlich Was ist eigentlich mit Abbauen Produktionskisten mäßig Wie war es Abbauen Produktionskisten Kisten die in der Produktion mit dabei sind Oder die man für Produktionen braucht Was meint zum Beispiel Ah du meintest wegen dem Zerstören Genau Das ist erlaubt oder nicht Naja im Endeffekt kannst du Glück haben Die Kiste ist gerade rappelvoll Oder du kannst Pech haben und die Kiste ist halt eben nicht rappelvoll Dann zerstörst du mir nur eine Kiste Die ich im Endeffekt wieder neu aufbaue Im Endeffekt ist es egal Wahrscheinlich wirst du dennoch öfter sterben als ich Gute Gäste aber mal Das ganze Eisen Einfachs habe ich viel Eisen Wie viel Eisen hast du denn? Warte ich sammle die ganzen Alat aus meinen Kisten zusammen Oh ich hab's geschafft Die Lieben kann sein Bin tot Na Hast du es geschafft Meine Folge war noch nicht sehr produktiv Das ist mein größtes Problem einfach Drei und ein halben Stack Drei und ein halben Stack Ist ja niedlich Nur für rein Handfarmen Ist schon ordentlich Naja ein bisschen was ist auch von meiner Von meiner Maschinerie Dein Zeug ist schlängst weg Hab ich schlängst verarbeitet Alat Hab ich schlängst verarbeitet Alat Ich bin gespannt Und Na komm 22 Blöcke und 2 Ingers Auf Interview um Da sieht man die Zeit Die braucht zum Abkühlen Sogar mit der Ladebeigen Okay Jetzt bin ich gerade leicht verwirrt Schön gemacht Du bist nicht verantwortlich dafür Wie was Da ich leicht verwirrt bin Ach du Ich muss doch nicht Ob du verwirrt bist auch nicht Mein Eisenblock da Muss ich jetzt mal nochmal was gucken Ich bin Ich bin Ich bin Das nächste, was ich dann einschmelze, ist den Gold. Ich weiß auch, wenn ich das nicht bau, nicht das meiste, aber das reicht erstmal. Juhu, ich komm voran. Ich fange gerade an Compact-Maschinen zu bauen. Ich möchte eine Diamant-Compact-Maschinen bauen, dafür brauche ich 98 Compact-Maschinen-Walls. Hey, hört sich spannend an. Ja, hört sich auch echt spannend an. Ja. Ist auch echt spannend. Ich bin richtig begeistert. Kannst ja gerne mal vorbeikommen und gucken, wie ich hier arbeite. Nö, danke, brauche ich nicht. Oder was sag ich? Ich will nicht. Du willst nicht, das ist ja eine andere Sache. Wie habe ich denn jetzt? Ich brauche dafür 98, ich habe 64, was weiß ich. Rechnen ist heute nicht meine Stärke. Ja, zwei Sex brauche ich auf jeden Fall. So. Stigmatisiert. Mehr oder weniger. So, was kann sich mit Eisen nicht kreuzen? Oder Kupfer, kann sie auch nicht. Kupfer, habe ich auch relativ viel, mein Lieber. Viel Compact-Maschinen. Wie lange läuft bei mir. Gar nicht so groß bauen. Ach, nö. Kann mir diese Tode nicht leisten. Ne, das stimmt. Ich mir auch nicht. Perfekt. Wird alles direkt verdoppelt. Das freut den kleinen Dominik. Nächste, was er bauen möchte ist, äh, vier, fünf. Wir sind außerdem schon beim Ende, ne? War schon? Ne, ich muss hier noch was zu Ende machen. Das geht nicht klar. Nächste, bei 26 Minuten. 26. Drei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal noch einen zweiten Controller ansetzen kann. Wäre gar nicht mal so scheiße. Ich glaube, man kann nur einen Controller setzen. Ich weiß nicht. Manchmal, äh, in der alten Version ging es Tatsache, dass du zwei Controller setzen konntest. Okay. Ja, nur wie zwei Tanks konntest du ja Dumps auch setzen. Ja, Tanks, dass du mehrere Tanks setzen kannst, ist für mich normal. So. Ich stecke jetzt mal da hin und ballere die ganzen Ärzte darin. So, ganz nice dude finde. Wenn ich hier keine Angst haben muss, dass meine Kisten zerstört werden, kann ich auch alle Ärzte sammeln. Und alles in eine Kiste legen. Wo ich einfach mal... Och, ey, alter nein! Was los? Der hat sich so ein blöder Zombie in meinem Haus verschanzt. So ne Sau. Wow. Kann ich auch einschmelzen? Müsste da eigentlich alles gehen. So. Müsste da eigentlich auch langsam anfangen? Genau. Juhu. Es funktioniert. Was? Na, ich hab jetzt gleich meine erste Compact Machine. Cool. Glaube ich. Der ist cool. Ich hab noch ne ganze Folge dafür gebraucht. Naja. Das freut mich. Ein Uran wäre hier drin. Nee. Kompact Machine zählen nicht als Storage. Damit wir uns das schon mal einig sind. Nee, nee. Ich bin klar. Ja. So. Mal hoffen wir mal, dass wir da jetzt schön reinkommen. Bis Flo. So. Bin ich rausgeflogen? Ja. Das ist ein Wunder. So. Ich schmeiß mir die Sache hier hin. Gut, also das heißt, ich kann bei mir die Folge jetzt beenden, wenn ich rausgeflogen bin mal wieder. Ja, können wir beide generell machen, weil wir schon bei knapp 30 Minuten sind. Ja, sind wir. Na, es ist jetzt wohl. Ade. Tschüss. Tschüss. pu-t dismissalisist- T mondふ 경 Grande- force kann man mal aber auch sehr gut produken können. und dann sicher werden darf viele Dinge. wie weird so, wie?